Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal auf. Okay, dann mal auf. Z, hier lande. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Ein Kompasspfeil? Woher hast du das gewusst? Na, was hab ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Ha, guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzelt, huh? Ha. Ah, wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Okay, du schaust nach dem Pfeil-Symbol. Ich hol das Boot und sammle dich ein. Okay. Okay. Ah! Ah! Bruder, du kannst doch mitkommen. Ich fahre schon gern mit dem Boot. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Schau, das gute Schnuppenpfeil. Ich sehe noch einen Pfeil. Schauen wir uns. Schauen wir uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des Heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Ja, komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Seth! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam! War's entdeckt? Sam! Hey! Bist du noch da? Gott, verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Okay, Sam. Wo bist du? Wo warst du? Also, eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay. Dann spring rüber. Puh. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Oh, jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Und, ist da was? Ein Moment. Sam! Zwecklos! Sackgasse! Ah, scheiße. Okay, dann also wieder zurück! Hier unten ist ein Pfad. Super. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Schöner Sprung! Sam! Hier rein! Okay! Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Wie konnte das hier niemand finden? Ich bin hinter dir... Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Das war's, weil ihr doch nicht alle! Ich bin hinter dir. Die Brüge, das ist sehr gut geboten. Okay, jetzt. Das war's, dass du nachher bist. Damals im Walsenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Jetzt kannst du es wohl abwärts. Vorsicht! Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Das erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Doe Okay. Okay. Sam, komm hier herum. Heilige Scheiße! Jawohl! Kommst du klar? Ja! Kinderspiel! Wow, was ist das alles? Sam, hier! Hey, vielleicht wollten wir einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen, schwer zu sagen. Das ist echt gut gemacht. Blaupausen. Okay. Braunpausen. Okay. Braunpausen. Alle um Avery versammelt. Alle um Avery versammelt. Alle um Avery versammelt. Alle um Avery versammelt.